In einer Welt, in der die Menschen besessen von Lastern sind, scheint es mein Auftrag zu sein, Gerechtigkeit zu üben. Ich weiß es, dieses leere Leben hat nur einen Zweck, das Laster töten. Ich weiß es, dieses leere Leben hat nur einen Zweck, das Laster töten. Ich weiß es, das Laster töten. Nur ein Mensch, der frei von Lastern ist, kann das Gleichgewicht wiederherstellen. Frei von Lastern.